Freunde, heute spielen wir den Anime-Energie-Simulator in Roblox und wir werden heute sowas von stark, Freunde, denn ich hab mir 10.000 Robux aufgeladen und damit werde ich mir die krassesten Pads im ganzen Spiel kaufen, Leute! Denn schaut mal, ich hab hier schon einfach Son Goku, Junge, ich hab Zorro aus One Piece! Ich hab die übelst heftigen Pads, Freunde, und ich kann auch viel krassere kaufen. Aber als allererstes, Freunde, am Anfang werden wir jetzt das Glücksrad drehen, let's go, Leute! Lass dafür ein Abo und ein Like, damit ich heute richtig viele Robux ausgebe und jetzt krieg ich 20% Siege? Hä? Voll OP, Leute! Nochmal drehen, let's go, Junge! Was ist das bitte, sehr... Hä? Alter, schaut mal hier, Freunde, was ist das für ein Glücksrad? Boah, das sieht ja ultra heftig aus, ich kann einfach mal daraus Schia kriegen! Das ist bestimmt Ultra-OP, Freunde! Und, Freunde, schaut mal, wie stark meine Pads hier einfach sind, da gibt's schon 10+, das ist Ultra-OP. Und, Leute, hier nochmal einmal am Glücksrad, warum klappt das nicht? Egal, Freunde! Dann geben wir jetzt ein bisschen Robux aus, okay? 50 Robux, hier einmal am Glücksrad spinnen, und wir kriegen jetzt halt was richtig krasses. Komm schon, Leute, einmal Spin-Up OP-Glücksrad! Was werden wir kriegen? Let's go! Denn wir wollen ja heute richtig heftige Bosse besiegen und dafür brauchen wir mehr Power! Shiny Boost-Rank, ich hab keine Ahnung, was das ist, Leute, aber egal. Wir müssen jetzt mehr trainieren, damit wir ganz am Ende, Freunde, ich will hier den heftigsten Boss besiegen, den es gibt. LOL! Hä? Ist aber Billy, Alter! Oh, nein, Freunde, denkt ihr, wir können schon jetzt Billy besiegen? Hä? Gar kein Problem für mich! Aber jetzt, Billy ist sowas für besiegen! Billy, komm her, Mann! Pads! Meine Energie ist viel krasser als da! Freunde, meine Energie ist nicht krasser. Billy ist zu stark, aber ich werde ihn hier besiegen. Ich auch! Und, Freunde, wir müssen mal ein bisschen leichteren anfangen. Ich glaube, wir überschätzen uns noch ein bisschen. Komm, Goku, das wird gar kein Problem. Und... Pads! Junge, Alter, ich hab den einfach weggeschleudert. Ich bin ja viel zu stark. Freunde, kann ich auch gegen ihn gewinnen? Komm, ich probier's aus. Und... Komm, schau, Leute! Bop, ich schnell klicken! Freude, ich bin ja so ein... Hey, ich bin ja ultra stark! LOL! Hey, Freunde, ey. Als ob ich fast gegen Billy gewinnen kann. Ich dachte, Billy wäre viel stärker als ich. Wenn ich jetzt auch gegen ihn gewinne, dann bin ich der heftigste, Freunde. Wir klicken ganz schnell und... Let's go, junge Bopads! Nein! Ah, Freunde. Okay, wir müssen noch einen Boss davor besiegen, bis wir Billy besiegen können und in die andere Welt können. Let's go! Das ist heute mein Ziel. Und ich weiß auch ganz genau, wie wir das schaffen werden, Freunde. Nämlich, ich werde jetzt... Robux ausgeben! Oh, ja. Mal schauen, was wir im Shop haben, Leute. Boah! Hier ist einfach Ace, ey. Der ist bestimmt richtig krass. Und Kobe ist hier auch. Alter, der gibt ja ultra viel plus, Freunde. Wenn wir uns den holen, dann... Ey, ich sag euch ehrlich, wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Freunde, sollen wir uns ihn holen? Okay, Freunde. Lasst es ein Abo und like da innerhalb der nächsten drei Sekunden. Ey, dann hole ich mir wirklich Ace, Junge. Dann hole ich mir das krasseste OP-Bed in dem ganzen Game, Freunde. Okay, Freunde. Ihr habt allen Abo-Like da gelassen. Ich hole mir das jetzt. Und let's go, Junge Boots! Ich hab's gekauft, Freunde. Ich hab's gekauft. Ähm, wir gehen jetzt kurz auf Helden. Und... Was? 30.000, Junge. Er ist einfach mütig. Guck mal. Er ist so krass, Leute. Das gibt's nicht. Warte mal, ich muss ihn ausrüsten. Äh, am besten ausrüsten. So, Freunde. Ich bin gespannt. Alter. 30.000. Ihr müsst euch so vorstellen. Koko gibt mir einfach so 10. Und der gibt mir 30.000. Das ist so ein krasser Unterschied, Freunde. Wenn wir jetzt trainieren. Was? Ey, ich hab jetzt zweimal meinen Bizeps trainiert. Zweimal geklickt, Freunde. Können wir schon Billy besiegen? Wir probieren jetzt einfach mal, ob wir Billy besiegen können, okay? Wir probieren jetzt einfach mal. Und let's go, Junge, Bart! Was? Hä? Wir können es einfach schon schaffen. Wir haben Billy besiegt, Leute. Alter, wie krass sind wir, Freunde. Wie krass sind wir, bitte. Boah, das ist zu OP, Leute. Wir trainieren mal ein bisschen unser Key, Freunde. Guck mal, Alter. Ich verwandle mich einfach in einen Super Saiyan. Freunde. Alter, bin ich stark. 12 Millionen. Was? Ey, damit kann ich direkt in die nächste Welt. Damit kann ich alles direkt skippen, Freunde. Ich besiege den Boss in der nächsten Welt sogar. Den krassesten Boss auf der ganzen Welt besiege ich. Boah, guck mal, wie viel ich hier bloß kriege. Boah, Junge, ich stärke mein Chakra oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber es sieht ultra krass aus. Boah, jetzt trainiere ich noch ein bisschen meine Leistung hier mit Schwert, Junge. Batz, Batz, Batz. Nebenbei, wir können sogar krassere Schwerter ausrüsten, ne? Wo machen wir das, Leute? Guck mal, jetzt, ich habe richtig diesen Noob-Schwert. Was? Hä? Das ist ein Schwert von Big Mom, Leute, glaube ich. Aber ich brauche hier ein krasseres Schwert, Leute. Boah, guck mal, da kann ich kein heftigeres Schwert da kriegen. Ich glaube, ich kann mir jetzt schon das krasseste ausrüsten. Und hier, Batz, ich will das heftigste Schwert, Leute. Äh, hä? Alter! Hä? Ich kriege ja immer krassere Schwerter. Boom, ich... 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 Wow! Ey, was ist das denn für ein Schwert, Leute? Boah, ultra krass. Ich will mir die mal alle angucken. Äh, ja, sieht ganz okay aus. Was ist das hier für ein Schwert? Na, ihr seid noch richtig ein Noob-Schwert, Freunde. Ich brauche das Heftigste. Batz, das krasseste Schwert haben wir jetzt ausgerüstet. Boom! Hehe! Hier müssen wir auch richtig viel Kilo ausrüsten, damit wir noch mehr Plus kriegen. Boah, Leute, wie OP ist das denn? Ey! Ich glaube, wir besiegen jetzt einmal hier nochmal den Billion. Das wird easy clap, Freunde. Einen Klick, wir haben den Besieg. 100% mit Ansagen. Einen Klick, wir haben den Besieg, Leute. Und... Putz! Einen Klick, Leute. Einen Klick. Haha! Ich muss nicht mal das klicken, Alter! Hey, wie OP ist das denn? Freunde, wir sind viel zu stark geworden, glaube ich. Hier 2007, wir können die nächste Welt... Also, ciao, ciao, meine Freunde. Guck mal, ey. Boah, der sieht richtig krass aus, Leute. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker als ich. Könnte es sein? Ich glaube nicht, Leute. Also, guck mal, wir könnten uns einfach die krasseste Betten holen, aber wir haben jetzt sowieso Ace, Junge. Mit einer Feuerfrucht, Digga. Der ist der kräftigste, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich hier. Putz, in die nächste Welt will ich jetzt. In die nächste Welt. Hä? Warum kann ich nicht in die nächste Welt, Leute? Muss ich auch ihn besiegen? Freunde, wir testen es mal aus. Und... Let's... Go! Putz, wir besiegen jetzt einmal ihn. Ich glaube, ich muss alle einmal besiegen. Dann kann ich in die nächste Welt. So, wir testen es jetzt aus. Und... BUM! Ja, jetzt sind wir in der nächsten Welt, Leute. Boah, das war richtig krass. Und... Wie sieht die nächste Welt aus? Leute, schaut mal, hier ist das Naruto. Die beiden Statuen. Ey, das ist so krass. Da, wo die gekämpft haben. Ultra heftig, wo der Wasserfall ist. Hier können wir als erstes, müssen wir Sasuke besiegen. Schaffen wir easy. Danach Itachi was? Und dann... Äh, Leute, hä, was ist das denn, Freunde? Ich habe Dragon Ball nicht geguckt. Man, da ist hier was? Und das ist Naruto in seiner Fuchsvariante. Wow! Ey, der ist ja mal ultra heftig, Freunde. Den wollen wir heute besiegen. Aber ich glaube, wir können auch hier easy schon die Tasche gleich besiegen. Als erstes machen wir ein Battle gegen Sasuke, Junge. Sasuke, komm her! Sasuke! Ich werde dich kriegen, Junge! BATS! BUM! Das ist die Rache! Weil du Naruto-Hintergang hast, du ehrenloser Mann. Hier, gleich nochmal, Junge. Gleich nochmal gebe ich dir jetzt. Eine über die Mütze. BAM! ZOK! BATS! Und... BUM! Hehehe, hab's genau. Freunde, nebenbei. Ey, ganz am Ende. Ich werde unkrieg herausfahren. Okay, ich rufe den gleich an, Junge. Dann sage ich, der soll auch online kommen. Denn, Freunde, der hat auch hier... Der hat einmal ein Video gemacht. Da hat er gegen mich gespielt. Da hat er... Der hat reingescheatet, Leute. Er hat reingescheatet. Und jetzt, Freunde, jetzt nehme ich Rache. Ich werde zum später anrufen, dann mache ich ein Battle gegen den. Und der denkt, der wäre gut. Ne, ist er nicht, Freunde. So, BAM! Wir besiegen jetzt Itachi. Itachi, komm her, Mann! Itachi, komm her! BOOM! Das ist auch die Rache, weil du deine ganze Familie gekillt hast. Ne, du ehrenloser Itachi hier. BAM, Freunde, ich kill dir jetzt alle. Ey, Freunde, nebenbei. Schreibt mal in die Kommentare ab. Habt ihr Naruto, One Piece oder Dragon Ball geguckt hier? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Eins, die Komtaren, wenn ja. Und zwei, die Komtaren, wenn nicht. Und jetzt, ey. Wir haben einfach easy... Hä? Das war viel zu einfach, Leute. Hä? Warum warst du easy? Leute, ich muss krasser werden. Aber ich glaube, sollen wir mal schon versuchen, gegen Itachi zu gewinnen? Auch auf Dragon Ball? Sollen wir... Ey, ich versuch's mal, okay? BAM! Wir versuchen, gegen Itachi zu gewinnen! Äh, okay. Das ging komplett in die Hose, Freunde. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Aber mit unserem heftigsten Pad, Junge, machen wir es sowieso easy. So, bei der Kraft. So, was können wir uns hier... Lol. Hä? Alter, wir können... Wir können schon das Krasseste kaufen. Putz! Ey! Was? Guck mal, was ich meine Hand hab. Ich hab einfach das von Madara. Hä, ist ja voll cool. Und damit mach ich jetzt viel, viel mehr Plus, Leute. Boom! Ich mach ja Ult. Ich kann sogar Wiedergeburt machen. Brr! Hä? Ey, ich hab hier... No, guck mal, wie stark ich jetzt werd. Guckt euch das an, Leute. Wie viel Wiedergeburt ich jetzt mach. Na, okay. Jetzt wär ich der Krasseste. Freunde, jetzt kann mich keiner mehr stoppen, Leute. Jetzt gleich kann mich keiner mehr stoppen. Guck mal, wie viel ich jetzt Plus mache. Batz! Batz! Junge, ich mach so krass. Bloß, Freunde, das gibt's nicht mehr, Alter. Ich bin zu krass geworden, Freunde. Ich sag euch ehrlich. Hier, ich kaufe mir sogar hier die krassesten Eggs, Junge. Batz, ich kann hier... Ich kaufe mir das mal. Ich kaufe mir das, was die Menschen rauskriegen. Komm, Michi, wenn ich Michi kriege. Und? Let's go, Junge! Boom! Was hab ich bekommen, Leute? Ich hab's gar nicht gesehen. Äh. LOL! Ich hab einfach die Hinata bekommen. Ey, voll cool. Einfach Narutus Freundin, Alter! So, Batz, ich öffne hier noch eins. Ich will jetzt besser bekommen als Hinata. Aber eigentlich, Hinata ist nicht so gut. Oh, was hab ich bekommen? Hä? Ich hab auch gar nicht gesehen. Der hat mich bekommen. Er sagt mir, ich hab wieder Hinata bekommen. Er hat wieder... Hä? Glänzend? LOL! Ich hab bessere Hinata bekommen. Cool, die ist einfach besser als Goku. Hehe. Jo, Batz, ich trete jetzt wieder weiter. Boom, boom, boom. Und bin richtig stark. Aber die... Ey, Freunde. Ich sag euch ehrlich. Die bringen einem eigentlich gar nichts. Denn die kommen doch immer nicht als Ace an. Weil Ace ist halt so krass, Freunde. Das kann man gar nicht mehr toppen, Junge. Das ist viel zu krass, Leute. Besser geht nicht. Ich sag euch ganz ehrlich. Besser geht's wirklich nicht. Wir haben hier noch mein Haus gekriegen. Ich weiß nicht, was wir jetzt bekommen. Aber hoffentlich was Gutes. Und was haben wir bekommen? Und... Hey, gar nichts Gutes. Die Beine ist einfach Ruffy. Warum ist der so schlecht? Warum ist Luffy so schlecht, ey? Okay, wir trainieren uns weiter hier. Boom. Hier einmal ein bisschen trainieren. Zack. Easy peasy. Boom. Und ich merk grad, wenn wir ein Wiedergeburt machen, dann müssen wir einfach wieder in der ersten Welt trainieren. Hä? Wie ehrenlos ist das denn? Alter, ist ja voll blöd. Egal. Dann muss ich ein bisschen hier trainieren. Dann muss ich auch ein bisschen hier meinen Key trainieren. Zack. Bam. Automatisch Key trainieren. Zack. Easy peasy. Gar kein Problem für mich. Und jetzt besiegen wir wieder ein paar Mal. Sasuke oder Itachi. Und dann, Junge, werden wir so viele Siege kriegen, dass wir einfach tausende Wiedergeburt machen. Obwohl, haben wir eigentlich schon gemacht. Wir können jetzt... Ey, ich glaub, wir können jetzt den besiegen, Freunde. Ey, ich glaub, das schaffen wir easy. Das ist, glaub ich, gar kein Problem für uns. Soll ich das mal probieren? Nehmen wir, ich krieg hier ein krasseres Hausziel, ne? Zack, was würd ich kriegen? Weil es ist Tag 2 jetzt, wo ich stocke. Boah, Alter. Das ist bestimmt Ultra-OP, Freunde. Was? Das ist wirklich ultra stark. Aber der kommt auch immer nicht an Ace ran, ne? Ace ist doch immer ein Thema so krass, Leute. So, batz, batz. Und jetzt, ich versuch mal gegen den zu gewinnen, Leute. Ich hab meine Key gestärkt. Ich hab meine Chakra gestärkt. Ich hab meine Stärke gestärkt. Jetzt muss ich eigentlich gegen den gewinnen. Es gibt keine andere Wahl. Und bam, wir haben einen Putz. Ich hab ihn besiegt, Leute. Ich bin der Stärkste. Ey, Freunde. Habt ihr einmal einen gesehen, der so schnell krass geworden ist? Ich bin einfach nur in der nächsten Welt, Leute. Aber ich glaub, Mandara... Ich glaub, Mandara ist noch ein bisschen zu stark geworden. Da müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Und deswegen, ich trainier's den ganzen Tag meinen Key. Äh, 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 Freunde. Key trainieren! Äh, äh, okay. Reicht, Freunde. Okay, äh, was kann ich mir hier noch im Shop kaufen? Mal schauen. Ähm, 90.000. Was? Alter, was macht der denn dort? Boah, Freunde, der ist ultra krank. Und warum macht... Roshi, warum... Warum gibt der so viel Platz? Der ist doch gar nicht mehr so stark. Okay, Berus, Junge, Alter. Oh, voll die krassen Leute hier. Das ist einfach Gara, Leute. Bann. Und... Äh, ey. Naruto ist auch ultra krank. Ich sag euch ehrlich. Boah, der ist wirklich der krasseste. Ähm, hier, was kann man sich holen? Ein Stern. Hier kann man ein Pet ziehen aus einem Stern. Also, ein Stern ist eigentlich sowas wie ein Ei. Sollen wir das einmal probieren, Leute? Dann könnten wir Mandara kriegen. Boah, das ist ultra krass. Oder hier, sollen wir das einmal ziehen? Nee, das ist schlecht, Leute. Das ist nicht so krass. Ähm, am besten wir kaufen Skobi. Warum ist Skobi krasser als Ace? Hä? Ja, okay, vielleicht später. Aber davor, in der Vergangenheit war der nicht stärker, Leute. Hier, Big Brain. Okay, let's go, Leute. Wir kaufen 10 Egg für 53 Robux, Junge. Und 410. Komm schon, bitte was Gutes. Let's go! Boah, ich glaube, das ist krass, oder? Ist der schlecht, Freunde, oder war der gut? Boah, der war gar nicht mehr so schlecht. Guck mal. Der schlechteste. Ich habe keine Ahnung, wer das ist da links. Ähm. Aber der war voll gut, Leute. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, wie der heißt. Habt ihr ihn geschaut, Freunde? Ja oder nein? Ey, aber hä? Voll der Scam, Junge. Ey, es ist jetzt 10 Mal so gut. Und der hat genauso viel gekostet. Junge, er wollte schlechte bekommen. Ey, es war voll Scam. Egal, Freunde. Wir trainieren jetzt noch weiter. Und ich glaube, ich habe schon genügend, um Madara gleich zu besiegen. Ja, gleich kann ich Madara besiegen. Boah, wie krass ist das, Leute? Aber davor hier ein bisschen zack, noch ein bisschen mein, äh... Warum muss ich die ganze Zeit in die erste Welt wieder zurück? Was soll das? Junge, ich werde richtig aggressiv, ey. Und let's go! Jetzt trainiere ich hier. Boah, ey, hier kriege ich voll viel Plus. Boah, ich kriege hier viel zu viel Plus. Oh, ja, wir können nicht schon beim Krassesten trainieren, Leute. Boah, ey, guck mal, wie viel ich Plus kriege. Ey, und Uke, komm mal her, Alter. Ey, Simulaki, was machst du da? Trainierst du viel Energie? Ja, pass mal auf, du, ich weiß, du spielst auf den Simulator. Nein, ey, ich bin viel besser. Ey, weißt du was? Ja, ehrlich? Warte mal, welche Welt bist du? Ey, weiß ich mal, was für eine Welt das ist, weil du nicht mal da bist. Haha. Ey, ich bin der One-Punch-Man-Welt. Ich bin schon ein weiterer. Was? Okay, wir machen gleich Battler, wir sehen, ob du weiter bist als ich. Ja, okay, Freunde, Uke denkt hier, er wird gewinnen, er ist gerade bei mir, ne? Aber wird er nicht, Junge. Ich fahr euch jetzt heraus, wir kommen eurem Roblox online, ich werde dich besiegen. Ich komm gleich Roblox und nimm die Roblox. Ja, okay, werden wir sehen. Ey, Freunde, ich werde ihn so besiegen, ich sag euch ehrlich. Und wenn es sein muss, Junge, ich kaufe mir hier noch ein bisschen was für Roblox, ey. Hier im Job, ey. Simulaki, schau mal, nimm das. Ah, Junge, Uke, ich krieg's zurück. Und Buss. Ja, Uke, Uke, ich krieg dich. Ja, geh raus aus meinem Zimmer, sonst reißt ich auch richtig aus. Okay, Freunde, also, so, Banz, richtig viel Plus bekommt. Ich glaub, das sollte reichen, ey, Freunde. Ich hab Uke hier rechts-links-Komputation gegeben. Er ist direkt aus meinem Zimmer gegangen, ich sag euch ehrlich hier. Banz, Madara, ein bisschen trainieren. Zack, zack, zack. Und jetzt, ich werde ihn besiegen, Junge. Ich werde ihn besiegen, Madara. Komm her, Junge, ich werde mich rächen an dir. Hör auf, Junge. Let's go. Wir haben's geschafft, Leute. Der Madara besiegt. Boah, wie krass sind wir denn? Alter, wir sind ja Ultra-OP, Freunde. Hier nochmal direkt, gleich nochmal besiegen, Madara. Hier, klacks, easy-peasy, Junge. Madara, wer ist denn überhaupt, Madara, ne? So, Samlaki ist der neue. Bam, zack, easy, Batz, wegbesiegt, Junge. Samlaki ist stärker als Madara offiziell, Leute. Ey, ich werde ihn jetzt so oft besiegen, bis ich 1000 Sieger hab. Millionen. So, Leute, schaut mal. Ey, ich hab hier grad was gesehen. Wir können euch einfach irgendwas gönnen hier. Hä, einen Lucky-Päuschen hab ich bekommen. Ich hab einfach irgendeinen Pack geöffnet, Leute. Egal, ey, ich kann hier bestimmt irgendwelche Sachen verwenden. Glücksboost, ja, drücken wir direkt verwenden. Hier, was ist das hier, glänzend, ja, direkt verwenden, Freunde. Alles verwenden, wir wollen natürlich der Heftigste werden. Und jetzt weiter trainieren, Leute. Ich glaub, ich bin jetzt 35 Billionen, brauche ich, um hier Dings, Naruto zu besiegen. Hä? Warum brauch ich so viel? Das ist ja viel zu... Wie soll ich das schaffen, Leute? Das ist doch unmöglich. Aber, Leute, ich kann mir hier einfach schon ein richtig krass Pet holen. Und das mach ich jetzt auch. Let's go, Junge. Pet wird gekauft. Ey, Boots! Äh, nicht deren Ernst. Alter, warum hab ich die bekommen, Leute? Alles könnte ich bekommen, aber doch nicht die, yo. Ich hab einfach... Oh, Mann, Freunde. Ey, ich hab Sakura bekommen. Und die ist eigentlich voll schlecht. Die ist gar nicht mehr gut. Ey, Mann, ihr wisst doch ganz genau, Sakura. Ey, Sakura geht gar nicht. Aber! Ich werd trotzdem ihn besiegen. Und ich glaub, ich weiß, was ich jetzt mach. Ich mach tausende Wiedergeburten. Let's go, Boots! Ganz viele Wiedergeburten. Let's go! Und, Leute, ich werd jetzt über 10 Minuten AFK hier trainieren. Und dann hab ich... Junge, dann werd ich Naruto sowas schon besiegen. Mal, guck mal, wie viel ich Plus mache. Bab, also paar Minuten AFK, Junge. Und dann werd ich alles hops nehmen, Leute. Bis gleich. Let's go! Okay, Freunde, guckt euch das an. Ich hab einfach null Ki, aber tausend Stärke, Junge. Oder was auch immer das ich. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall irgendein Schuriken. 7 Billionen Stunden. Gleich kann ich Naruto besiegen. Denn dafür brauch ich nur 35 Billionen. Das heißt, ich trainiere jetzt hier nochmal richtig heftig mein Ki, Leute. Wo ich jetzt einfach richtig viel trainier. Bababab. Und dann werd ich gleich Ultra-OP. Und schaut mal, was ich hier einfach hebe. Einfach, wie viel Kilo sind das? 175 Kilo hebe ich hier einfach. Batz mit meinem rechten Arm. Ey, so stark bin ich schon, Leute. Jetzt mehr trainieren. Let's go, Leute. Bam! Ich hab jetzt mein Ki so viel trainiert. Das heißt, es fehlt nur noch meine Schwertkraft. Und die trainiere ich jetzt auf, Freunde. Dann werd ich versuchen, Naruto zu besiegen. Let's go! Bam! Jetzt wird fett trainiert. Hehe. Leute, ich bin schon so krass lang am trainieren. Schaut euch das an. Und ich hab jetzt mittlerweile 41 Billionen Stärke. Und damit kann ich jetzt Naruto besiegen als Erfolgsform. Komm schon, Leute. Ich werd ihn sowas von hops nehmen. Let's go! Wenn ich das schaffe, Freunde, lass ein Abo, ein Like, ein Like, ein Stärke. Nein, 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 Freunde. Was passiert hier? Ich klicke die ganze Zeit. Das kann nicht sein, Freunde. Mehr Likes, mehr Likes. Und boom! Let's go! Ich hab's geschafft. Ich hab ihn besiegt, Leute. Und jetzt kann ich in die nächste Welt, Leute. Für 20 Millionen Siege. Let's go, Freunde. Das ist die krassesten. Also, Freunde. Falls ihr ein paar, falls ihr ein paar in der Welt rein, dann lasst uns unbedingt ein Like und ein Abo. Dann vergisst die Glocke zu aktivieren. Und drückt jetzt aufs nächste Video. Schreibt in die Kommentare. Hashtag Part 2. Wenn ihr Part 2 sehen wollt. Yes, ciao, ciao, Freunde. Das war das nächste Video. Ciao, ciao, ciao. Wow.